Hallo und herzlich willkommen. Im letzten Video habe ich zwei Beats gebaut. Den Beat im Park und den Beat im Zoo. Und ihr hattet eine Woche Zeit, um abzustimmen, welchen dieser Beats ihr kostenlos haben möchtet. Ihr habt euch für den Parkbeat entschieden. Also ab heute steht der Parkbeat kostenlos für euch zum Download auf meiner Website. Und ich wünsche euch viel Spaß damit. Was machen wir heute? Ja, ich war gerade im Wald unterwegs mit meinem Fahrrad, das inzwischen über zehn Jahre alt ist und jede Menge sehr schräge und komische Geräusche von sich gibt. Wahrscheinlich ist es nicht mehr so ganz gesund, hat auch ein paar Reparaturen schon hinter sich. Auf jeden Fall dachte ich mir, bevor dieses Fahrrad ganz auseinander bricht, da werde ich es noch mal ein bisschen samplen und schauen, welche schrägen Töne ich dort noch rausbekommen und welche Sounds. Ja, das soll heute der Inhalt des Videos werden. Mal schauen, was dabei passiert. Ich bin selber ganz gespannt, habe keine Ahnung, was hierbei entstehen kann. Und ja, mal schauen, was die Kreativität so zulässt. Viel Spaß! Let's go! ... ... ... ... Ich habe die Schmerz-Scherche zur Verkaufnahme und am Ende des Schmerzes Schmerz Die Schmerzes und die Schmerzes die Schmerzes die Schmerzes Aber jetzt wird dieses Rad endlich abgetreten. Irgendwie stehe ich voll auf den Schlauch. Ich hab keine 2.8, nope, ich hab ne 16. Doch weil es wie auf Eier entfährt, will's mir keiner wegnehmen. Doch wenn ich wieder mal durch unsere Stadt steuere und die Kette reise, dann ist gutes Rad teuer. Da hilft kein Einlenken, nur ne 180-Grad-Wende und weiter schieben. Das Rad ist ne Spaßbremse und fällt mir regelmäßig voll in die Speichen. Ich schalt den Gang runter und dreh voll in die Eisen. Ja, so viel Blödsinn lässt sich aus so nem alten Fahrrad noch rausholen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Und zum Abschluss zeige ich euch, was für Blödsinn entsteht, wenn ich mit Ben allein im Studio bin. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Kannst du einen ganz, ganz sanften machen? So einen mit der Hauchdünn... Die sind gleich wie Prinzessin Diana. So, Entschuldigung. Okay, dann vielleicht doch nicht. Ja. 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 Wie du dabei geschaut hast, Mann. So als ob du grad nen Hamster streichelst und nicht abrutschen wirst. Du lachst immer rein, Paul. Du bist unprofessionell. Ja, das ist wahr. Schrecklich mit dir. Ja. recursos. Musik Musik Nein, 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 nein.